Oh nein mein Mikrofon war gestummt. Scheiße. Funny thing ist, das hier wird als ziemliches random Video, ich glaube in so, ich würde sagen in so zwei oder drei Wochen ungefähr wird das veröffentlicht. Das ist voll lustig, weil ich meine, normalerweise produziere ich nicht so weit vor, im Voraus. Das ist lustig, weil jetzt aktuell chill ich gerade wahrscheinlich irgendwo, wenn dieses Video hier veröffentlicht wird. Ich lade es ja alles vor hoch und dann wird das einfach automatisch dann am eingegebenen Datum, um die eingegebene Uhrzeit veröffentlicht. Ich muss sagen, das ist eine geile Funktion bei YouTube, also wirklich, das ist richtig nice. Ich weiß gar nicht, seit wann das geht, ich glaube das, ich glaube das geht schon länger, aber ist auch gut so. Das ist eine geile Funktion. Die bringt sehr viel, finde ich. Vor allem, weil ich dann auch eine Zeit lang weg sein kann, also über einen Monat in diesem Fall, ohne, dass ihr ohne Videos auskommen müsst. Die fünf Leute, die mich gucken. By the way, ja, ich weiß, ich sehe wieder aus die 14. Funny ist, äh, gestern kam dieses, äh, das Random Clips Video. Wenn ihr das jetzt seht, ist, kommt, äh, am Donnerstag, der dritte Teil. Und der zweite Teil ist schon draußen. Ja, dieses Video müsste, äh, am Montag vorher kommen. Ne, am Dienstag. Am Dienstag vorher. Vor dem Random Clips Video Teil 3. Das ist voll, voll lustig. Weil, wenn ihr das hier seht, dann ist einfach schon der zweite Teil draußen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ist gerade mal der erste Teil draußen. Und gestern habe ich noch eine Story aufgenommen. Wo ich noch aussah wie so ein, äh, wie so ein Holzfäller mit, äh, mit meinem, äh, mit meinem Vollbart. Hey. Hey. hey hallo das reicht langsam hallo und kann ich nicht hüpfen jetzt aber es reicht es mir langsam also nur damit ihr es wisst für die die es interessiert ist klingt irgendwie klingt irgendwie vielleicht sogar interessant ich nehme das am 28 auf am 28 vermachten 26 9 nehme ich das auf und dann kommt das erst ich weiß gar nicht moment mal das muss ich mal kurz gucken einmal ganz kurz gucken wir mal also oktober am vierten kommt das video siebte am elften ja doch am elften müsste das kommen 14 ab 14 kommt dann random clips teil 3 einmal kurz den ablaufplan gelegt in der zeit in der ich nicht hochladen kann werden auf jeden fall ich glaube ich hoffe dass ich das jetzt kein blödsinn erzähle aber auf jeden fall in den ersten drei wochen mindestens weil die habe ich schon alle vor produziert und hochgeladen werden jeweils zwei videos kommen einmal am dienstag und einmal freitag was lustig ist weil ich jetzt sehe das so jetzt jetzt wo die wo die hälfte der zeit schon um ist ja mein theoretisch müsste das video vom freitag eigentlich müsste das video vom freitag was morgen kommt ist ein fortnight video eigentlich müsste ich das weiter nach hinten verschieben und dieses hier das stattdessen hochladen aber mache ich nicht ich bin ich bin mal ein bisschen gemein ich gebe mir so sneak peek informationen so im voraus nur dass es nicht im voraus ist weil das video erst in drei wochen kommt ja gemein ich weiß mein alter hat also wirklich die dieses game ist so satisfying ich muss ihn stoppen ratet mal was ich von schlägern halte hat der mich allen ernstes getroffen hallo ich muss sagen dafür dass das noch die playstation 4 version ist ist die grafik auch recht verdammt gut aus bei dem nein ich habe noch keine ps5 immer noch nicht was soll man sagen es gibt auch noch andere dinge im leben die sind teuer leute und solange die playstation nicht nicht regulär gescheit zum normalpreis verfügbar ist hole ich die mir auch nicht weiter ich will keine 800 bis 1000 euro zahlen das reicht ja schon dass die playstation 5 jetzt auf einmal 50 euro mehr kostet wegen der inflation und so der preis ist ja noch okay aber für den preis musste auch erst mal einen finden das muss man sich mal vorstellen dies ende 2020 raus gekommen das ist mittlerweile zwei jahre her zwei jahre und trotzdem hat gefühlt noch keiner einer das muss man sich mal vorstellen es gibt weniger es gibt zur zeit weniger playstations als als dings gefühlt jetzt zählt mir nicht sein ok ich würde sagen das verbrechen da das klären wir noch kurz und dann dann war es das mit dem video auch schon ich halte den wagen jetzt kann hey genau sehr schön das stück scheiße so jetzt ja sieht man der geachte scheiße dieser verkehr ich habe ganz vergessen wie geil die grafik von dem game ist ach du scheiße wo ihr merkt das ist nur die ps4 version bis 5 version sieht ja besser aus das remastert wie dem auch sei das was vom video